Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier Plans vs. Zombies Teil 2. Wir gucken uns Welt 1.5 an. Du hast einige Power-Ups. Ich zeige dir, wie du sie benutzt. Ja, und jetzt können wir auch das Siegelbrechen-Zeit durchdrehen. Okay. Ah, okay. Wieder so Spezial-Power, die... Okay. Habe ich, glaube ich, kapiert. Ja, ich drücke ja schon. Okay. Na. Gut, probieren wir es. Und das letzte Stromstoß... Ist ja auch geil, oder? Okay, wir sollen sie einmal wahrscheinlich testen. Ja, das ist das Unfix-Level wahrscheinlich. Okay. Okay, benutzen wir mal. Hier mal wegwerfen. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an hier. Ich meine, wegwerfen ist natürlich auch ganz cool. So, komm, nochmal. Fällt mir auch extrem gut. Genau, und jetzt sind sie... Ich hatte noch ein bisschen. Okay, hauen wir sie weg. Hier, wer so viel Fruit Ninja gespielt hat, der kann das. Okay, dann machen wir nochmal einmal Frusti. Ich glaube, der Wegwerfer ist deutlich effektiver. So, wir machen doch den... Wir machen doch den... Komm, nochmal. Zack. Und weg mit dir. Was für ein Unfix-Level. Na, und den letzten kriegen wir auch noch so. Zack. Sehr schön. Sehr schön. Siege den hässlichen Gargantua an Tag 8. Okay. Wir haben eine neue Froschpflanze bekommen. Friert Zombies ein, die auf ihn treten und löscht Flammen. Sehr schön. Also, das hier war unser Unfix-Level Nummer 5. War es richtig? Nutze Power-Ups, um zu überleben. Okay. Also, wir haben Level 1, 5 geschafft. Dann danke ich dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen zu einer nächsten Runde. Und dann kommt Welt 1, 6 dran. Bin schon gespannt. Gut gemacht. Hey, Bemi, wofür ist denn dieser Schalter? Wie interessant. Da sind besondere Gegenstände drin. Und wir sollen den Laden besuchen. Und natürlich richtig wieder einkaufen. So. Ja. Sehen wir es schön. Dankeschön. Habe ich mir angeschaut. Tschüss. Tschüss. Okay. Dann sehen wir uns morgen zu Level 1, 6. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Und bis dann. Ciao, ciao.